Einen schönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es ist Montagabend, 19 Uhr, und ich darf Sie ganz herzlich zum Webinar der Dezettbank begrüßen. Mein Name ist Falko Block, ich bin Zertifikatespezialist bei der Dezettbank in Frankfurt, und ich werde Sie als Moderator durch das heutige Webinar begleiten. Ja, ich hoffe, Sie alle haben das schöne sonnige Wochenende genießen können und sind natürlich gut in die neue Handelswoche gestartet. Jetzt mit einem Blick auf die aktuellen Teilnehmerzahlen, ja, freue ich mich doch, dass wir hier richtig gute Anmeldezahlen sehen können. Wir haben nämlich auch im Rahmen unserer Roadshow sehr viele Neuanmeldungen erzielen können, was uns sehr freut, und ja, an dieser Stelle möchte ich auch die Neueinsteiger, die jetzt zum ersten Mal dabei sind, oder vielleicht auch vom vorangegangenen Woche das zweite Mal dabei sind, ganz herzlich hier begrüßen, und ja, freue mich entsprechend zusammen mit Ihnen hier auf einen angenehmen Webinar-Abend, dass Sie viel mitnehmen können. Am vergangenen Montag, da war mein Kollege Michael Bissinger vom Dezettbank Research Jahr zu Gast, der hat die fundamentale Marktseite beleuchtet, auch vor dem Hintergrund der dann noch anstehenden Bundestagswahl. Diese ist jetzt gestern pro Forma entschieden, was im Endeffekt jetzt nachher für Koalitionen gebildet werden, und das zeichnet sich ja schon ab, könnte relativ schwierig werden, weil die Positionen dort auch im Vorfeld des Wahlkampfs ja teilweise sehr unterschiedlich ausgelegt wurden. Ja, und jetzt fragt sich, oder andererseits kann man sehen, dass der DAX eigentlich doch sich relativ unbeeindruckt von dieser Konstellation zeigte. Ja, vielleicht getreu dem Motto, politische Börsen haben kurze Beine. Um das zu klären oder zu sagen, was wird denn entsprechend DAX und Co. weiter machen, dann wollen wir uns heute dieses Ganze mal auf technischer Basis anschauen. Das heißt, wo werden sich DAX und Co. Renten und Währungen in nächster Zeit hin entwickeln. Und um das zu klären, freue ich mich sehr, zwei Kollegen aus dem Dezettbank Research hier begrüßen zu dürfen, genauer gesagt aus dem Bereich technische Analyse, zum einen Armin Kremser und Dirk Oppermann, der auch als Referent auf der Roadshow dabei war. Und von meiner Seite einen schönen guten Abend, die Herren. Schön, dass ihr dabei seid. Guten Abend. Ja, dann starten wir doch gleich mal in unser Webinar hinein. Die nächste Folie, wunderbar, da ist sie. Die Agenda, wie sieht es heute aus? Was wollen wir Ihnen heute präsentieren und zeigen? Also einmal möchte ich kurz auf unser Webinar-Special hinweisen, für die Ihnen, für Ihnen, die bei der Roadshow dabei waren. Da haben wir uns überlegt, dass wir im Nachgang zu der Roadshow hier ein Spezial-Webinar anbieten, wo wir die Themen nochmal Revue passieren lassen. Da werde ich gleich nochmal was zu sagen. Dann übernimmt Armin Kremser mit Teil 1 der technischen Analyse zum Thema The Big Picture, DAX und Co. Dann möchte ich Ihnen zwischendurch zeigen, wie Sie die Chart-Technische Analyse meines Kollegen in einer DAX-Trading-Strategie mittels Turbo-Option-Scheinen umsetzen können. Dann will ich Ihnen Filterfunktionen auf der ZBank-Derivate-Seite zeigen. Dann wird Punkt 4 Dirk Oppermann zum zweiten Teil des Big Picture übernehmen und wird hier über die Themen Renten, Währungen und Rohstoffen oder Zinsen, Währungen und Rohstoffen dann nochmal Auskunft geben. Und Punkt 5 Fragen, da wollen wir es wieder so machen, sollten Fragen zwischendurch im Chat einlaufen und wir können die direkt, oder ich kann die direkt beantworten, machen wir das sehr gerne. Ansonsten hat sich eigentlich bewährt bei, ich sag mal, Dirk Auermann und Armin Kremser, dass Fragen im Endeffekt dann auch gern gesammelt werden und dann werden wir die im Nachgang zur Abschluss-E-Mail, die Sie dann erhalten, beantworten. So, bevor wir jetzt dann in das Webinar starten, meine sehr geehrten Damen und Herren, möchte ich Sie auf unsere rechtlichen Hinweise aufmerksam machen. Das Webinar richtet sich an kundige Selbstentscheider mit Erfahrung in Hebelprodukten und alle in diesem Webinar besprochenen Produkthinweisen zu Hebelprodukten können lediglich zu Demonstrationszwecken erfolgen. Sie sind eben nicht als Empfehlung zu verstehen, das heißt, wir können und dürfen hier keinerlei Anlageberatung durchführen. Hebelprodukte beinhalten ein sehr hohes Risiko, insbesondere sogenannte Totalverlustrisiko bei Erreichen eines Knockouts bei Turbo-Zertifikaten oder der sogenannten wertlosen Fälligkeit von Optionsscheinen und natürlich das sogenannte Ausfallrisiko des Emittenten. So, nach diesen Ankündigungen, dann würde ich sagen, starten wir jetzt auch mal aber wirklich rein in unser Webinar und ich möchte Ihnen noch mal auf das Termin des Webinars Special hinweisen. Ja, wir haben uns überlegt, für diejenigen, die dabei gewesen sind und sagen, ja, mir sind im Nachhinein doch noch mal einige Fragen beim Trading aufgetaucht oder diejenigen sagen, schade, ich konnte leider nicht dabei sein, war verhindert oder war einfach zu weit der Weg. Da wollen wir entsprechend Ihnen auch hier die Möglichkeit bieten, noch mal ein bisschen in diese Roadshow hineinzuschauen. und wir haben uns überlegt, das lassen wir auch an einem ganz normalen Montagstermin stattfinden und zwar hier am 23. Oktober, abends 19 Uhr, also ganz normaler Termin. Wir wollen hier einfach die Roadshow noch mal ein bisschen eine Revue passieren lassen. Wir wollen die Strategien, die Sie dort gehört haben, also wir haben ja dort Auskünfte getätigt, von Ingmar Königshoff zum Thema Strategien, Trading Strategien auf das US-Rohöl-WTI. Da wollen wir entsprechend mal sagen, wie ist da der aktuelle Stand, kann man dabei bleiben, wie ist jetzt die Möglichkeit des Einstiegs etc. Und wenn Sie Fragen zu diesen Themen haben, dann freuen wir uns, wenn Sie die an info-at-kurs-plus.de im Vorfeld senden, dann werden wir gerne, ich sage mal, während dieses Webinars diese Fragen dann beantworten. Die Roadshow-Referenten Dirk Oppermann und Ingmar Königshofen sind auch wieder zu Gast, werden also entsprechend Ihre Fragen hier beantworten. Ja, und wie gesagt, auch noch mal ein bisschen was über den allgemeinen Themenkomplex weiter erzählen. So, dann will ich Sie gar nicht weiter lange auf die Folter spannen, sondern will sagen, hier Bühne frei für Armin, der jetzt einen technischen Überblick zu DAX und Co. geben wird. Und dann möchte ich dich bitten, Armin zu übernehmen und sage, ringfrei, dein Part bitte. Ja, vielen Dank, Falco. Ich übernehme. Und zunächst einmal herzlich willkommen, schönen guten Abend in die Runde. Wir wollen uns natürlich jetzt nicht lange aufhalten und gleich in Medias Res gehen. Zunächst einmal hier auch von meiner Seite die rechtlichen Hinweise. Die Folie müssen wir zeigen, wie Sie das gewohnt sind. Und dann möchte ich aber auch jetzt relativ schnell starten mit der Einschätzung, wie immer zunächst mal zum US-amerikanischen Aktienmarkt, um einfach hier von der Weltleitbörse dann später überleiten zu können zu unseren hiesigen Märkten. Sie wissen, ich mache eigentlich immer zuerst die Weltleitbörse, weil ich der Meinung bin, dass da einfach der Takt vorgegeben wird. Da spielt die Musik und letzten Endes sind die anderen Märkte mehr oder weniger davon abgeleitet. Deswegen steigen wir jetzt also ein mit dem US-amerikanischen Aktienmarkt. Zunächst einmal hier unsere altbewährte Zyklusgrafik. Da können wir erkennen, dass der Aktienmarkt hier anhand des Dow Jones dargestellt, das ist hier die blaue Linie, dass er sich sehr, sehr lange im Jahr hier 2017 unterjährig an den Pfad des Dekadenzyklus gehalten hat. Das ist hier die schwarze Linie. Und das jetzt aber zuletzt eine Abkopplung zu beobachten war. Und zwar hier der Dow Jones ging also weiter von Allzeithoch zu Allzeithoch, während der Zyklus uns eigentlich vorgegeben hat, dass sich die Märkte hier im Abwärtszug befinden. Und die Frage, die wir uns natürlich jetzt stellen, lautet, kann sich der US-Markt tatsächlich von seinem negativen Zykluspfad abkoppeln? Ja oder nein? Und jetzt ist es einfach so, dass ich dazu sagen muss, dass die wirklich bärischste Phase des Jahres, dass die eigentlich erst noch bevorsteht. Das können Sie hier an der grau schraffierten Fläche sehen. Unten ist ja die Zeitebene abgetragen. Dann können Sie erkennen, dass hier exakt zum Monatswechsel, September, Oktober, dass hier sozusagen im Dekadenzyklus so eine Art Abrisskante oder wasserfallartiger Kursverlust, wie auch immer Sie es nennen mögen, hier bevorsteht. Und der US-Präsentschaftszyklus, der ist zwar nicht ganz so krass nach unten gerichtet, wie der Dekadenzyklus, aber auch der ist dann letzten Endes in einer seiner negativsten Phasen, bezogen auf das gesamte Jahr und insofern beide Zyklen hier im Einklang nach unten gerichtet und das in relativ markanter Art und Weise. Deshalb ist eigentlich nicht davon auszugehen, dass der tatsächliche Marktverlauf sich um 180 Grad fortgesetzt von diesem Zykluspfad abkoppeln kann. Natürlich gibt es natürlich noch andere Argumente, zu denen komme ich dann im Laufe der Präsentation jetzt. Man muss natürlich immer ein Puzzle oder die einzelnen Puzzlestücke sinnvoll zu einem Gesamtbild zusammensetzen und wir werden dann im weiteren Verlauf sehen, dass es eben auch noch andere Aspekte gibt, die also auch dafür sprechen, dass der Markt jetzt ab Oktober eine sehr, sehr ungünstige Phase durchlaufen sollte. Dann schauen wir uns mal ein paar Charts selbst an. Zunächst einmal der S&P 500 hier auf Daily Basis. Da haben wir bis jetzt einen blitzsauberen Aufwärtstrend. Der Aufwärtstrend ist auch auf allen drei wichtigen charttechnischen Zeitebenen, also Primär, Sekundär und Tertier, intakt. Zuletzt haben wir hier ein neues Bewegungszugleich Allzeithoch etablieren können und haben damit auch nochmal den Ausbruch aus der vorherigen Konsolidierungsflagge, die Sie hier Orangefarben eingezeichnet sehen, bestätigt. Aber hier können wir auch ganz klar erkennen, dass gerade im mittel- und langfristigen Kontext hier der Trend mehr und mehr Momentum verliert, während wir hier beispielsweise mit Start der Trump-Rallye im November einen dynamischen Anstieg hatten, wo wir relativ wenig Gegenbewegung gesehen haben, einfach fast wie Perlen in der Schnur gezogen nach oben gestiegen sind. Schleppen wir uns jetzt mehr oder weniger nur noch von hoch zu hoch. Da ist also keine Dynamik mehr im Markt. Und unser Kursziel bei 2.535 Punkten, das ist hier das 161,8% Fibonacci-Retracement, der eben erwähnten Flagge, das ist ja auch nur noch ein marginales Restpotenzial, sodass hier sich zunehmend das Chance-Risikoprofil zu Lasten der Bullen verändert. Dann ganz wichtig, der Nasdaq war eigentlich lange Zeit das Zugpferd der Aufwärtsbewegung am US-Aktienmarkt insgesamt. Wir haben das gesehen hier, gerade mit Beginn der Trump-Rallye, dass eigentlich das Technologie-Segment eine starke Outperformance gezeigt hat, hier nochmal richtig steil angestiegen ist bis in den Sommer des laufenden Jahres. Und dann gab es hier nur eine kleine, kurzlebige Konsolidierung oder Korrektur, wie auch immer man das nennen mag. Und jetzt im Anschluss haben wir auch nochmal so einen Momentum-armen Aufwärtstrend hier gesehen. Und im Elliot-Wave-technischen Sinne sieht das für mich relativ klar nach einem fünfteiligen Impulsmuster aus. Und zwar haben Sie dann hier in dem letzten Sommer, also 2016, hier die Welle 1, dann hier eine flache Korrektur als Welle 2 und dann dieses hauptsächliche oder das größte dynamischste Teilstück dieses Gesamtimpulses als Welle 3. Und jetzt sind wir eben hier höchstwahrscheinlich, man muss immer dazu sagen, es sind natürlich nur Annahmen im Rahmen von Wahrscheinlichkeiten. Die Elliot-Wave-Theorie ist natürlich auch nicht der weiße letzter Schluss. Aber wenn wir eben klare oder klar zu definierende Kursmuster erkennen, dann können wir sie eben recht nutzbringend anwenden. Und diese fünfte Welle, die verläuft momentan im Rahmen eines sogenannten Keilformationen. Das heißt, diese einzelnen Teilwellen, die Subwellen, die überlappen sich. Der Trend verliert weiter an Momentum und letzten Endes wird er dann in einen Hoch reinlaufen und gefolgt von einer möglicherweise sehr, sehr scharfen Korrektur, weil diese Keilformationen als fünfte Wellen, die werden eigentlich in der Regel immer zu 100 Prozent, also bis zu ihrem Ausgangspunkt korrigiert. Und dann wären wir hier wieder beim Niveau von 5.600 Punkte. Und es wäre also ein Korrekturrisiko von etwa 7 Prozent, wobei wir natürlich davon ausgehen, dass wir den Endpunkt dieses gesamten Impulses eben noch nicht gesehen haben. Man muss natürlich jetzt auch erst mal abwarten, wie der heutige Tag dann ausgeht, weil wir sind ja heute deutlich schwach im NASDAQ und wir sollten jetzt auch nicht mehr allzu viel Terrain verlieren, damit dieses Szenario noch Gültigkeit hat, damit er nochmal die Chance bekommt, tatsächlich hier nochmal ein höheres Hoch zu machen. Ansonsten würde ich nämlich sagen, hätten wir das hoch gesehen und würden direkt hier auf die 5.600 Punkte Marke zusteuern. Dann haben wir das US-Halbleiter-Segment, den Philadelphia Semiconductor Index, auch ein sehr, sehr wichtiges Segment, ist in aller Regel eher frühzyklisch zu interpretieren. Und hier haben wir auch ein relativ klares, fünfteiliges Impulsmuster. Auch hier mit der Welle 3, die den dynamischen Teilimpuls, was natürlich auch an Aktienmärkten üblich ist, hier repräsentiert. Und da haben wir zuletzt so eine Art Patz-Situation zwischen Bullen und Bären gehabt. Ging auch mehrere Monate von Juni bis August. Am Schluss haben wir so eine Art symmetrisches Dreieck gebildet, was dann jetzt in der jüngsten Bewegung noch einmal nach oben aufgelöst wurde. Trend folgend, aber derartige Dreiecke, die gehen dann eben einer finalen Welle voraus. Das heißt, wir können jetzt hier die Annahme treffen, dass wir uns in der Welle 5 befinden, die aber höchstwahrscheinlich auch noch nicht gelaufen ist. Und im Anschluss sollte dann auch hier sich eine relativ stattliche beziehungsweise satte Abwärtsbewegung ergeben, die dann auch hier diese primäre Aufwärtstrendlinie verletzen würde. Und da könnten wir auch hier ein Rückklagsrisiko zunächst bis zur 200-Tage-Linie definieren. Was bedeutet das insgesamt für den Dow Jones? Da hatten wir ja mal gesagt, dass wir hier ein Kursziel, ein Indexziel von 22.120 Punkten hatten, auch im Rahmen eines übergeordneten fünfteiligen LJ-Impulses. Nämlich der mit Beginn des Jahres 2009 im März damals ein wichtiges Tief markiert. Jetzt eben eine neue Hosse, die aber jetzt auch in den letzten Zügen liegt. Und diese 22.120 Punkte Marke, die wir mal als Ziele definiert hatten, das war eine wichtige Fibonacci-Projektion. Und der Markt hat auch im ersten Anlauf da Halt gemacht, ist dann umgekehrt. Aber wie wir gesehen haben, wurde dieses Niveau zuletzt auch wieder übertroffen. Was heißt das jetzt für unsere Analyse? Nun, das heißt für unsere Analyse nicht, dass dieses gesamte Szenario grundsätzlich Quatsch ist, sondern das bedeutet lediglich, dass wir es hier nochmal mit einer Verlängerung dieser letzten, ich zeige es nochmal hier, diese Welle Römisch 5, das ist also die letzte Impulswelle im Rahmen dieses übergeordneten Hosse-Zyklus. Und die geht jetzt sozusagen noch einmal in die Verlängerung, hat unser Ziel bei 22.120 Punkten übertroffen. Und da müssen wir natürlich jetzt auf Sicht fahren, das ist so ein bisschen eine undankbare Salami-Taktik. Die ganz großen Kursziele lassen sich natürlich jetzt nicht mehr auf der Oberseite ableiten, sondern wir müssen jetzt einfach von, ich sage mal, von Fibonacci-Ratio zu Fibonacci-Ratio schauen. Und die nächste diesbezügliche Marke, das habe ich hier ganz dick angezeichnet, ist 22.580 Punkte. Das ist hier eine 176,4% Projektion und das hat natürlich auch insgesamt Konsequenzen für unsere Elliot-Wave-technische Zählung. Denn nach dieser neuen Betrachtung muss man davon ausgehen, dass wir immer noch in der Welle 3 stecken von diesem Fünferimpuls und somit es auch noch ein bisschen dauert, beziehungsweise eine weitere Zeit ins Land gehen wird, bis tatsächlich dieser gesamte Zyklus beendet ist. Und wir wissen aus der Theorie, dass die Welle 4 und die Welle 2, das sind ja zwei Korrekturwellen in diesem aufwärtsgerichtlichen Impuls, dass die sich in ihrer Art und Weise, wie sie ablaufen, unterscheiden müssen, sozusagen alternieren. Und in der Welle 2 haben wir eben eine breite angelegte Seitwärtsbewegung gesehen. Das bedeutet, dass wir eigentlich die Welle 4 als eher kurz und scharf erwarten müssen. Und das wiederum deckt sich auch mit dem am Anfang gezeigten Zyklusverlauf, wonach ja der Dekadenzyklus wirklich im Oktober so eine Art wasserfallartigen, scharfen Kursverfall anzeigt. Und genau das könnte also sich jetzt hier auch im Rahmen der Elliot-Wave-Theorie manifestieren, nämlich, dass wir einen scharfen Rückgang sehen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite dann zumindest im kurzfristigen Bereich auch wieder Kaufkurse sehen, denn dieser langlaufende Impuls ist dann noch nicht beendet. Ja, was kann man noch sagen? Wir sehen jetzt in letzter Zeit immer wieder, dass das sogenannte smarte Geld Smart Money Flow Index im Vergleich zum tatsächlichen Verlauf des Dow Jones Index, hier die blaue Linie. Dieser Smart Money Flow Index, der wird berechnet, indem man das Trading der ersten halben Handelsstunde, sprich von 15 Uhr, 30 bis 16 Uhr, dass man das mit einer bestimmten Formel ins Verhältnis setzt zum Schlusskurs, also zu dem Kurs um 22 Uhr. Die Idee dahinter ist, dass das Trading in der ersten halben Handelsstunde von Emotionen getrieben ist, also zwischen Angst und Gier, und dass die Marktteilnehmer da hauptsächlich auf News und News-Veränderungen reagieren, während sozusagen die besser informierten oder die smarten Investoren eher zum Handelsende hin agieren. Und insofern der 22 Uhr Kurs dann weitaus wichtiger ist, als das, was in der ersten halben Handelsstunde passiert. Und wenn wir diesen Index betrachten, dann können wir sehen, dass sich an gewissen Wendepunkten im Markt immer sogenannte Divergenzen finden. Das heißt, dass dieser Smart Money Flow Index das Geschehen im Dow Jones Index nicht mehr bestätigt. Haben wir hier mal immer anhand der schwarzen Linien eingezeichnet. Und bestes Beispiel hier natürlich 2008, 2009, als wir nochmal bis März 2009 damals gefallen sind und der Smart Money Flow Index hier schon ein höheres Tief angezeigt hat. Somit also Kaufdruck vom Smart Money. Und dann kam es also hier zu der Trendwende. Und diese Divergenzen haben wir aber auch bei kleineren Trendwenden beziehungsweise kleineren Korrekturen immer wieder gesehen. Hier auch 2011 insbesondere und zuletzt 2015, 2016. Und jetzt haben wir eben das Phänomen, dass wir eigentlich schon seit mehreren Monaten jetzt hier in diesem Indikator, in diesem Index absteigende Hochs produzieren, während der Dow Jones munter weiter steigt, als gäbe es nichts. Und das ist natürlich also auch ein starkes Warnsignal dahingehend, dass also hier eine Korrektur dann bevorstehen dürfte. Gleiches gilt natürlich für die Betrachtung der Marktbreite. Hier nochmal der Verlauf des S&P 500 Index, das ist die orangefarbene Linie, gegenüber der Anzahl der Nice-Aktien, die auf einem neuen 52-Wochen-Hoch sich befinden. Und hier sieht man, dass wir jetzt im Zeitablauf auch schon jetzt deutlich über ein halbes Jahr absteigende Balken hier bekommen. Das heißt also, jedes weitere Hoch, das der S&P 500 hier generiert hat, war mit einer geringeren Anzahl an Nice-Aktien auf einem neuen Hoch verbunden. Das heißt, immer weniger Einzelwerte an der Nice partizipieren noch an dieser Hosse im Index. Und das bedeutet, dass natürlich die S&P-Aufwärtsbewegung nicht mehr unterlegt ist mit Einzelwerten, die eben dann diese Bewegung noch mittragen, die an der Bewegung partizipieren. Also nur absolut ungesunde Bewegung, die wir momentan haben. Die Krux an der Geschichte ist nur, dass solche Betrachtungen eben keine Timing-Qualität leider aufweisen, sondern diese Geschichten, die kündigen sich lange vorher an. Von Wochen bis Monate kann das dauern. Im Vorfeld, wo sich eine solche Aufwärtsbewegung dann schon abschwächt, wo man dann die Risse unter der Motorhaube zwar schon erkennen kann, aber man weiß eben nicht, wann dann tatsächlich der Einschlag kommt. Und deswegen versuchen wir natürlich, alle Aspekte irgendwo zusammenzubringen und dann zum schlüssigen Votum für den Gesamtmarkt zu kommen. Was wir hier sagen können, ist wirklich, dass diese Bewegung nicht mehr lange aufrechterhalten werden kann. Und wenn ich das nochmal mit dem Zyklusgedanken zusammenbringen kann, ist es wirklich so, dass dann ab Oktober höchstwahrscheinlich eine Abwärtsbewegung große Chancen hat, sich durchzusetzen. Ja, dann nochmal eine sentiment-technische Betrachtung. Wir haben zuletzt gesehen, dass bei der Umfrage von Double A, Double I, American Association of Individual Investors, das heißt also, das US-Privatanleger-Sentiment, da hatten wir eine relativ unausgegorene Geschichte hier die ersten Monate des Jahres gehabt und jetzt zuletzt, also in dem letzten Teilstück nach oben hier, welches der Markt gemacht hat, da sind also ganz viele Bären umgefallen. Wir haben hier den größten Umschwung zugunsten der Bullen in diesem Jahr. Natürlich kann man auch sagen, wir haben hier noch keine Extremniveaus, wie sie in der Historie aufgetreten sind, klar, die haben wir nicht, aber wir können hier zumindest die Aussage treffen, dass der Umschwung der deutlichste bisher im Jahr ist und das just zu dem Zeitpunkt, wo der Zyklus wirklich dann demnächst scharf nach unten weist. Auf der anderen Seite haben wir bei den Bären das ebenso. Bis zuletzt haben wir noch überdurchschnittlich viele Bären gehabt und die sind jetzt alle aus dem Markt. Wir haben jetzt eigentlich hier so wenig Bären, wie kann man sagen, zuletzt vor zwei Jahren. Dann haben wir noch mal die NDR Crowd Sentiment hier als Folie dargestellt. Die ein Aggregat ist aus vielen verschiedenen einzelnen Sentimentindikatoren, wo auch so Dinge wie implizite Volatilitäten, Put-Call-Ratios und so weiter enthalten sind, sozusagen ein Aggregat für das US-Sentiment und hier können wir erkennen, dass wir gerade auch mit der jüngsten Aufwärtsbewegung im Markt nochmal richtig knackig hier in den extrem optimistischen Bereich eingedrungen sind und also auch von dieser Seite her eigentlich fast überhaupt kein weiteres Potenzial mehr vorhanden ist. Zeigt eigentlich nur, wie anfällig der Markt jetzt tatsächlich also die nächsten Wochen sein dürfte. Ja, wenn ich das alles nochmal zusammenfassen darf, dann muss ich einfach sagen, dass auf der einen Seite zwar wir ein bisschen zu früh dran waren mit unserer doch recht bärischen Prognose, gerade im letzten Webinar, aber das Aufgeschoben eben nicht aufgehoben ist. Die Aufwärtsbewegung geht aus unserer Sicht lediglich in die Verlängerung, aber das Potenzial ist wirklich sehr, sehr, sehr begrenzt und das Chance-Risiko-Profil für die Bullen. Das stimmt einfach hinten und vorne nicht. Was wirklich frappierend ist, ist der Rückgang der Marktbreite, der jetzt wirklich mit jedem weiteren S&P 500 hoch, wie ich es auch gezeigt habe, weiter rückläufig ist. Immer weniger Einzelwerte partizipieren noch an der Hosse. Dann haben wir einige Indizes, wichtige Indizes, wie den Nasdaq oder den Philadelphia Semiconductor Index, wie ich es gezeigt habe, mit wirklich klarem fünfter Welle-Charakter. Daher auch insbesondere die Rückschlagsgefahr im Technologie-Segment natürlich hoch und auf der Zeitachse sieht es so aus, dass wir einfach sagen, im Oktober, da hat eine bärische Bewegung einfach die größten Chancen, sich durchzusetzen. Dann müssen wir natürlich, sollte es tatsächlich so kommen, müssen wir natürlich auch Ausschau halten nach einem Tief und Stand jetzt sagen wir, dass dieses Tief insbesondere in der ersten Novemberwoche, das zeigt uns einfach der Zyklus an, eine Chance hat beziehungsweise, dass der Markt in der ersten Novemberwoche eine Chance hat, einen Boden zu finden und dann können wir sicherlich auch wieder in Richtung Jahresendrallye argumentieren. Dann komme ich zum DAX. Da haben wir zuletzt ja auch eine sehr schöne Rallye gesehen, die Rallye läuft ja auch noch, bis jetzt haben wir keine Schwächeanzeichen gesehen. Hier war es insbesondere wichtig, dass wir die 200-Tage-Linie nachhaltig verteidigen konnten. Das heißt, dieser Bruch der 200-Tage-Linie oder das Unterschreiten der 200-Tage-Linie hier mit dieser schwarzen Tageskerze war wirklich nur ein, zwei Tage, also absolut temporär, nicht nachhaltig im Sinne der technischen Analyse und dann musste man natürlich auch unser Szenario entsprechend bullisch anpassen und dann ging es hier aus diesem mittelfristigen, abwärtsgerichteten Trendkanal nach oben, relativ dynamisch auch und seither haben wir eigentlich dann einen sauberen tertiären Aufwärtstrendimpuls. Der läuft jetzt erstmal, aber Sie sehen auch hier, dass wir im Grunde seit zwei Wochen nicht mehr mit den sieben Meilenstiefeln nach oben laufen, wie wir das vorher getan haben, sondern der Markt verliert hier einfach an Momentum. Die letzten Tageskerzen sind ja auch nicht wirklich bullisch mit etwas längeren oberen Schatten und es kommt ja noch hinzu, dass wir jetzt auch uns im Dunstkreis des Reaktionshochs vom 13. Juli bei 12.675 Punkten befinden und wir haben auch gesagt, in dem Moment, wo wir die tertiäre Rallye auch mitgegangen sind, dass das unser Kursziel sein soll und nicht das Allzeithoch bei 12.950 Punkten. Ganz einfach haben wir im Hinterkopf gehabt, dass eben der Zyklus wirklich im Oktober eben so dermaßen bärisch ist, dass wir uns dann hier für das konservativere Ziel bei 12.675 entschieden haben und nicht für das Allzeithoch. Ja, wenn wir uns das Sentiment betrachten im DAX, auch eine ganz interessante Entwicklung zuletzt, da haben wir nämlich mit der Umfrage von letzter Woche, also sprich von Freitag durch Sentix, haben wir gesehen, dass das Sentiment, also der Optimismus sich auf dem höchsten Stand seit Anfang Juni befindet. Natürlich kann man auch hier sagen, dass keine Extrema erreicht sind, wie beispielsweise hier im vierten Quartal des letzten Jahres oder auch im ersten Quartal des laufenden Jahres, aber wir können doch erkennen, dass hier zumindest in den letzten Monaten, wenn Sie mal schauen hier, dass da, wo wir uns jetzt ungefähr befinden im Sentiment, dass da der Markt dann immer irgendwo oben war. Hier zum Beispiel im Juli oder auch hier Anfang Juni und hier zum Monatswechsel April, Mai und insofern spricht also hier die Sentiment-technische Entwicklung eigentlich dafür, dass wir auch jetzt hier so nah an einem Hoch sind im DAX und dass wir mit hoher Wahrscheinlichkeit eben es nicht schaffen, hier das Allzeithoch irgendwie anzugreifen, sondern dass wir einfach ein zweites niedrigeres Hoch herausbilden, was dann eben gefolgt wird von einer weiteren Abwärtsbewegung. Problematisch ist in diesem Zusammenhang weiter die Entwicklung des sogenannten strategischen Bias, übersetzt ist das die sechs Monats Erwartungshaltung von Seiten der Marktteilnehmer und diese Erwartungshaltung ist ungebrochen aufwärtsgerichtet. Gerade hier seit Mai hat sich dieser strategische Bias immer weiter verbessert, das heißt, die Marktteilnehmer gehen eigentlich blind davon aus, dass jede größere Kursdelle einen lohnenswerten Kauf darstellt und dieser sture, hartnäckige Optimismus, der wird natürlich irgendwann zum Problem für die Marktteilnehmer. Die sind einfach dran gewöhnt, weil in der jüngeren Vergangenheit eben wirklich jeder Dip kaufenswert war, dass das auch in der Zukunft sich weiter so fortsetzt. Was momentan eine absolute Minderheit der Marktteilnehmer auf der Rechnung hat, ist ein Top-Bildungs-Prozess und meistens kommt es ja anders, als die Mehrheit der Marktteilnehmer denkt und deswegen erwächst also hier aus, allein aus dieser Entwicklung des strategischen Bayes durchaus ein erkleckliches Risiko, dass der DAX hier tatsächlich in einen solchen Prozess übergeht. Dann mal eine kleine statistische Spielerei, die wir jetzt jüngst erst ausgearbeitet haben und zwar, wir haben untersucht, wie sich der DAX im Umfeld einer Bundestagswahl verhält, sowohl im Vorfeld als auch im Nachgang. Hier, die Null ist hier in der Mitte des Charts und da sehen wir also, dass wir in aller Regel schon vor einer Bundestagswahl und das Interessante ist, unabhängig von deren Ausgang die Kursentwicklung eher abwärts gerichtet ist, dann um die Bundestagswahl herum dann seitwärts gerichtet ist und dann aber zwei Monate später der DAX dann tiefer steht. Natürlich ist das nur eine sehr, sehr grobe Betrachtung, weil wir hier mit Monatsschlusskursen gearbeitet haben. Es wird natürlich keine Aussage getroffen, wie dann wie das auf Tages- oder Wochenbasis aussieht, aber wir können ja auf jeden Fall erkennen, dass eigentlich die Performance nach einer Bundestagswahl recht mau ist und das würde sich eben auch mit der zyklischen Erwartungshaltung decken, zu der wir ja sagen, dass wir erst im November wahrscheinlich ein Tief rausbilden. Das nur mal so als Ergänzung. Ja, dann zum letzten Index, der Euro Sox 50. Ja, der sieht eigentlich charttechnisch gar nicht so schlecht aus, wenn man bedenkt, dass wir hier die 200-Tage-Linie zunächst mal erfolgreich auch getestet haben und dann hier auch dynamisch aus diesem mehrmonatigen, sauberen Abwärts-Trend-Kanal nach oben ausgebrochen sind. Die Krux an der Geschichte ist hier nur, wir hatten eigentlich nur einen einzigen Tag mit echter Dynamik, nämlich hier, das war die Ausbruchskerze aus dem Kanal und sofort danach haben wir hier schon wieder Momentum verloren, sind jetzt auch genau in dem ganz, ganz wichtigen und starken charttechnischen Widerstandsbereich 3.530, 3.540 Punkte und da ist auch so ein bisschen so ein Deckel drauf, von dem wir jetzt nicht ausgehen, dass er wegfliegt, sondern es ist auch eine Art Anker für die Marktteilnehmer hier, dieser wichtige Widerstandsbereich und es ist also nicht davon auszugehen, dass wir hier dynamisch nochmal nach oben beschleunigen und hier in etwa das letzte Bewegungshoch bei 3.665 Punkten angreifen. Nein, wir gehen also auch hier davon aus, dass sich im Rahmen der Gesamtanalyse eher das Risiko zeigt hier, dass wir einen zweiten, niedrigeren Hochpunkt herausbilden und dann ist natürlich die Frage, wie weit kippt dann eine mögliche Bewegung wieder ab? Zunächst einmal wäre natürlich dann hier das letzte Tief, das wäre natürlich dann im Fokus. Dann komme ich zur Zusammenfassung. Ja, der laufende Kursaufschwung im DAX dürfte seine Schuldigkeit, ich sage mal größtenteils getan haben. Wir sind im Dunstkreis der 12.675 Punkte Marke und auch wenn wir in der Vergangenheit ein Tick zu früh dran waren mit einer bärischen Haltung, so gehen wir davon aus, dass wir eben jetzt ein zweites niedrigeres Hoch nach dem Allzeithoch machen und eine schwache Kursentwicklung im Herbst überhaupt nicht vom Tisch ist. Wie gesagt, das ideale Timing hier halten wir den Oktober für prädestiniert und die gute Nachricht ist dann, dass wir höchstwahrscheinlich in den letzten sieben, sechs, sieben, acht Wochen des Jahres dann nochmal eine Jahresendrallye bekommen. Das war es dann auch von meiner Seite. Ich gebe dann an dich zurück, Walgo. Ja, vielen Dank Armin für deine interessanten Ausführungen. Jetzt hole ich mir eben kurz die Moderatorenrechte zurück, um dann meinen Part vorzusetzen. Kurz warten, da sieht es schon gut aus. Ja, meine liebe Teilnehmer, basierend auf dem, was Sie gerade von Armin Kremser vernommen haben, also der DAX dürfte in gewissem Maße sein Erholungspotenzial mittlerweile ausgeschöpft haben. Es bahnt sich zudem ein möglicher negativer Zyklus, auch in den kommenden Monaten, in den kommenden Wochen, so ab Oktober dann noch an und daher wäre vielleicht hier als Trading Strategie zum DAX eine Möglichkeit, zumindest hier eine kurzfristige Short Positionierung zu setzen, als spekulative Idee und da möchte ich Ihnen mal kurz zeigen, wie Sie eben diese, ich sage mal, Analyse und eben diese Idee in ein reales Produkt überführen können und das möchte ich gerne Ihnen zeigen über unser Derivate Portal DZ Bank Derivate. Das rufe ich einmal hier kurz auf. Ich hoffe, dass es sichtbar ist. Jawohl, da ist es. Also, gerne auch noch mal kurz für die Neuansteiger unter Ihnen, also DZ Bank Binnenstrich Derivate.de Ich markiere das hier oben nochmal mit der Maus. Unser Derivate Portal, unser zentrales Informations- und Produkttool rund um Anlage- und Hebelprodukte und Marktinformationen, also alles, was Sie da für Ihren Trading-Erfolg brauchen, können Sie sich hier entsprechend anschauen. Und jetzt möchte ich Ihnen kurz zeigen, wie Sie eben hier ein passendes Produkt finden können. Und zwar möchte ich das hier oben über die Produktsuche machen. Ich gehe mal ganz langsam mit der Maus hier hin. Sie sehen oben diese verschiedenen grauen Balken. Ich mische da mal so ein bisschen drüber. Hier sehen wir Produkte. Da klicke ich kurz drauf und dann für uns interessant ist die Rubrik Hebelprodukte. Also, wir haben hier drei Bereiche. Einmal die Zertifikate, das sind also klassischerweise die Anlageprodukte, die etwas konservativeren, dann die Hebelprodukte und die Zinsprodukte. Wir wollen es jetzt hier im Bereich Hebelprodukte aufhalten und hier vor allem im Bereich Endlos-Turbos. Warum gerade oder sind diese interessant für eben diese kurzfristige Trade-Idee? Sie sind relativ transparent. Sie haben kaum oder so gut wie keinen Wohle-Einfluss, der Ihnen also entsprechend auch hier einen Strich durch die Rechnung machen kann. Sie haben keine Laufzeitbegrenzung. Die sogenannten Finanzierungskosten werden sukzessive eingepreist, also nur Stück für Stück und nicht komplett in einem Schlag, wie das beim begrenzten Turbo der Fall ist und deswegen eignen sie sich auch relativ gut für eben diese Kurzfrist-Trades. Dann wähle ich also hier entsprechend diese Endlos-Turbos einmal aus und dann komme ich auf diese Übersichtsmatrix und jetzt möchte ich Ihren Blick einmal hier auf die linke Seite wenden. Sie sehen hier eben diese Produktsuche und jetzt kann ich entsprechend weiter aus- oder herunterfiltern, weil aktuell, Sie sehen es hier unten, gefundene Produkte, alle insgesamt Endlos-Turbos über 17.000. Das ist natürlich viel zu viel, was wir hier noch haben. Also gehe ich zunächst mal hier oben unter Basiswert auf Kategorie, wähle hier den Index aus, weil wir wollen ja im Endeffekt nachher einen Turbo auf den DAX haben. Dann kann ich entsprechend im nächsten, in der nächsten Rubrik, im nächsten Dropdown auf Basiswert gehen, gehe hier auf DAX. Warte mal einen kurzen Moment. Ja, und dann habe ich entsprechend hier ja schon Hebelprodukte, Endlos-Turbos haben wir ja vorher schon ausgewählt. Dann eben die Short-Idee, das war auf Basis der Analyse von Armin Kremser die Idee, die wir spielen können und jetzt ist natürlich die Frage nach Ihrem persönlichen, ich sag mal, Rendite-Risiko-Neigung, können Sie natürlich jetzt noch beispielsweise, ja, den Abstand zum Knockout oder die Knockout-Barriere festlegen. Jetzt ist es natürlich so, der ist vielleicht ideale Einstiegszeitpunkt, ist vielleicht noch nicht ganz gekommen und das heißt also, man könnte zum einen natürlich so Trend bestätigen, Indikatoren nochmal abwarten, eine Alternative und sagt, ja, ich will jetzt aber trotzdem schon reingehen, vielleicht geht es doch doch schneller als gedacht. Dann ist natürlich die Möglichkeit, dass ich sage, ich wähle dann eben ein Produkt, wo die Knockout-Barriere nicht ganz so nah dran ist, dass ich, wenn es mal ein bisschen gegen mich läuft, nicht so schnell ausgestoppt wäre, dass auch das, was ja grundsätzlich der Ingmar Königshofen während unserer Webinarreihe gesagt hat, also den Hebel dann tendenziell nicht so hoch wählen, das ist ja so ein klassischer Fehler, man sagt, ja, jetzt habe ich aber eine tolle Idee und jetzt will ich gleich mit einem 30er, 40er, 50er Hebel da rein und eben diesen Jackpot-Trade machen, aber das ist dann meistens, dann ist man teilweise so schnell ausgestoppt, wenn der Index mal eineinhalb oder zwei Prozente doch wieder weiterlaufen sollte, deswegen sollte man hier vielleicht ein bisschen konservativer rangehen. Ich gehe jetzt einfach hier mal in diesen Bereich Knockout-Barriere und gebe jetzt beispielsweise einfach mal, ja sagen wir mal, 13.500 Punkte an, das heißt also dort wollen wir mit der Knockout-Barriere starten, ich drücke kurz auf Enter, ja und dann sehen Sie entsprechend hier in diesem mittleren Teil, das ist im Endeffekt, wenn Sie so wollen, die Ausgabematrix, hier kann man ablesen, welche Produkte stehen dann hier zur Verfügung und jetzt sind diese beispielsweise sortiert nach Hebel, ich kann sie aber auch nach allen anderen Kriterien, die Sie hier haben, sortieren und jetzt kann ich entsprechend ein bisschen nach unten gehen, ich mache das jetzt mal formalbar und sage einfach mal, gut, vielleicht nehme ich einen, wie gesagt, Hebel, der nicht ganz so groß ist und dann sehe ich auch schon, je niedriger der Hebel ist, desto höher ist entsprechend hier auch dieser Knockout oder umgekehrt, je nachdem, nach welchen Kriterien man auswählen möchte. Und wenn ich jetzt irgendwann einfach mal einen von diesen Produkten klassischerweise mal anklicke, dann bekommt man auch eine weitere Übersichtmatrix, wo man dann sich das Produkt en Detail anschauen kann, das heißt also hier nochmal zur Bestätigung oben, endlos Turbo auf den DAX, ich habe hier Geld und Briefkurs, Sie sehen hier aktuell 1 Cent Spread, das ist klassischerweise das, was wir immer anbieten, dann scrolle ich mal ein bisschen runter, dann haben Sie hier einen Chart, das heißt also, das Produkt ist im Chart abgebildet, wenn Sie entsprechend den Index kurz als Gegen-Shaker dagegen sehen wollen, drücken Sie hier oben auf, hier oben, ich kreist das mal, Basiswert, dann dauert es kurz einen Moment, dann sehen Sie entsprechend den Basiswert, also den DAX, darunter kann man dann noch auswählen, ja, welche Laufzeit man haben möchte, eine Woche, Monat und so weiter, das mache ich mal, damit man entsprechend sehen kann, welche Richtung hat sich das Ganze entwickelt. Wenn ich da ein bisschen weiter runter scrolle, dann komme ich auf die sogenannten Stammdaten, ich mache das mal hier, das sind die Stammdaten, da finden Sie entsprechend also nochmal die Beschreibung des jeweiligen Produktes, hier auch nochmal endlos, hier ist die Knock-out-Barriere und das ist eben auch immer wieder gefragt worden, was heißen hier Finanzierungskosten, also wir haben einen sogenannten Anpassungsprozentsatz, im Endeffekt ist es so, Sie müssen also im Endeffekt, wenn Sie wollen, die Per-Anno-Gebühr haben Sie hier als Finanzierungsgrundsatz und das sind eben so knapp, wenn Sie wollen, 2,9% per Anno, das heißt also, müssten Sie eigentlich, wenn Sie wissen wollen, um wie viel wird das denn entsprechend angepasst, was sind die Finanzierungskosten, dann haben Sie eben diesen Betrag durch 360 müssen Sie teilen, dann kommt eben ein sehr kleiner Prozentsatz raus und das ist der Anpassungsprozentsatz über Nacht, den entsprechend eben bei diesen Endlos-Zertifikaten dann eben regelmäßig hier die Knock-out-Barriere dann entsprechend steigt bzw. einem Put entsprechend abnimmt. Das sind also im Endeffekt dann die Gebühren, wenn Sie so wollen. So, dann haben wir hier noch die Kennzahlen, hier ist nochmal der Hebel aufgeführt, hier sieht man auch nochmal der Abstand zum Knock-out, also rund 10%, das ist also das, was rein theoretisch in der DAX noch steigen kann und bis das Produkt dann eben wertlos verfällt. Wenn ich noch ein bisschen weiter runter scrolle, dann haben wir hier noch ein paar interessante Dokumente, einmal natürlich, ich sag mal, die großen rechtlichen Sachen, die endgültigen Bedingungen, den Basisprospekt, eventuelle Nachträge und das hatte ich auch während der Webinarreihe schon des Öfteren mal gezeigt, wir haben hier ganz frisch unsere Grundlagenstudie Hebelprodukte, auch wenn Sie im Endeffekt sagen, ich bin doch eigentlich schon ein Profi, mag ich nur mal ins Herz legen, laden Sie sich die einfach kostenfrei herunter, es ist ein ja gerade akzeptiertes Standardwerk, was wir herausgeben, wo einfach nochmal alles zum Thema, was ist eine Option, wie wird sie berechnet, Blackscoles und dergleichen mehr, nochmal sehr breit, aber verständlich dargelegt wird, vereinfacht für denjenigen, der sagt, ich will noch mal ein bisschen was nachlesen oder vielleicht habe ich bei der einen oder anderen Sache nochmal ein kleines Defizit, das können wir Ihnen da oder möchte Ihnen gerne ans Herz legen, einfach zum runterladen. Dann, wenn Sie sich kostenfrei anmelden, hier von der Seite haben Sie hier die Analyse-Tools, wo Sie sehen hier zum Beispiel, wo wir sagen, Analyse-Tools nach dpafx, Chart-Analyse, auch Research, hier nochmal, wenn Sie also ein bisschen das verfolgen wollen, was Armin Kremser und Dirk Oppermann täglich machen, dann haben Sie ja entsprechend hier die Möglichkeit, sich technische Analyse-Weeklies oder das Trader Daily runterzuladen, um immer auf dem aktuellen Stand zu sein. Dann haben wir hier unten noch ein Tool, das heißt, hier besteht die Möglichkeit, dass Sie zum Beispiel Ihr Kauf- und Verkaufsszenario eintragen können, sagen, was ist denn so Ihr Ziel? Das ist ja auch mal wichtig, ne? Wichtig ist nicht unbedingt, wann steigt man ein, sondern vor allem, wann steigt man aus? Und dass man sagen kann, also ein realistisches Kursziel, mit dem ich dann die Möglichkeit habe, zu sagen, in welche Richtung wird sich dann meine Trading-Idee entwickeln und auch die natürlich immer wieder regelmäßig überprüfen, das ist ganz wichtig. Und auf dem Laufenden bleiben eben hier die spezifischen News zu dem von Ihnen gewählten Basiswert, also wenn Sie dann entsprechend hier nicht den DAX haben, sondern irgendeinen Basiswert aus dem DAX, eine BSF, eine Daimler und so weiter, dann werden Sie entsprechend hier auch regelmäßig News zu diesem Basiswert finden. Ja, das soll es eigentlich erst mal von meiner Seite hier gewesen sein, zum Thema Dezetbank-Derivate der Seite, wie man hier einen Wert auswählen kann. Und dann möchte ich gerne an Dirk Dirk übergeben und bitten, dass du eben entsprechend deinen Analysepaar Zinsen, Währung und Rohstoffe hältst und Dirk, ja, bitte übernehmen. Ja, vielen Dank, Falco. Dann werde ich mir erst mal die Moderatorenrechte nehmen und ich hoffe, Sie können mich nicht nur hören, sondern auch bereits schon die Präsentation sehen, die erste Sheets, die ich hier vorbereitet habe. Einen wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich darf mich dann erneut heute Abend für die weiteren Finanzmärkte neben dem Aktienmarkt widmen, sozusagen. Möchte mich zunächst jedoch einmal auch von dieser Stelle aus recht herzlich bedanken für die zum Teil tollen Gespräche und auch Anregungen von Ihrer Seite auf unserer Roadshow, die wir ja Anfang September bundesweit durchgeführt haben. Dort hatte ich ja auch schon bereits einiges zu den Finanzmärkten gesagt. Ich möchte heute mehr oder weniger ein erstes Update dazu geben. Sie kennen ja mein Statement sowohl von der Roadshow als auch von den vergangenen Webinaren, dass aktuell die politischen Einflussfaktoren meiner Meinung nach sehr dominant die Finanzmärkte beeinflussen. Ob ich als Techniker will oder nicht, bedeutet dies, dass ich hierauf auch stärker heute eingehen muss und unter diesem Aspekt auch die erste Grafik, die ich heute Abend hier vorbereitet habe, die mehr oder weniger einen übergeordneten Blickwinkel auf die Finanzmärkte werfen soll. Ich habe es auf der Roadshow gezeigt, aber auch schon hier im Webinar. Möchte jetzt so ein bisschen von der politischen Schiene hierbei wegkommen, möchte jedoch diese zwei größeren Szenarien einfach mal darlegen, die ich so als, ja, ich möchte mal sagen, als Intermarket-technischen Zusammenhang momentan nicht beschreibe. Der Kollege hat ja schon gesagt, wie wir den Aktienmarkt sehen. Wenn jedoch die Aktienmärkte entgegen unserer Erwartungen steigen, dann sollte dieses erste Szenario, was ich oben geschrieben habe, mit Trump liefert, risk on, dann sollte dieses gesamte Szenario greifen. Und das bedeutet, dass wir zusammen mit festen Aktien dann auch einen Zinsanstieg am Kapitalmarkt sehen sollten. Gold sollte in diesem Umfeld fallen und der US-Dollar sollte fester werden. Armin sagt es bereits schon, wir erwarten jedoch zumindest bis November erhöhte Konsolidierungsrisiken für den Aktienmarkt. Und deswegen auch gerade jetzt hier nochmal dieses zweite Szenario, was eigentlich unser präferiertes Szenario ist, dass wir jetzt zumindest eine stärkere Konsolidierungsbewegung bei den Aktienmärkten erwarten sollten. Und dass dies bedeutet, im intermarketechnischen Gleichklang, dass die Zinsen am Kapitalmarkt eher fallen werden. Das heißt also, die Anleihenkurse steigen werden, dass Gold auch in einem recht günstigen Umfeld sich befindet und dass der US-Dollar tendenziell in diesem Umfeld schwächer tendiert. Also wie gesagt, das sind diese zwei sehr stark widersprüchlichen Szenarien, aber zeigt doch auf, wie momentan nicht, wie wir zumindest die Märkte sehen und wie wir versuchen, hier einen goldenen Schnitt sozusagen zu finden über die intermarketechnischen Zusammenhänge, wie inwiefern wir auch dann über den Aktienmarkt sehr stark die anderen Märkte sozusagen versuchen zu analysieren. Komme ich am Anfang zum Rentenmarkt und ja, da bin ich schon wieder mit drin in der Politik. Ich habe hier mal hier zunächst einmal den US-amerikanischen 10-jährigen Anleihenzinssatz mitgebracht, die Rendite. Und dort sieht man eigentlich seit Jahresanfang oder hohen Spankungen. Ja, wir befinden uns eher mal in einem Zinsrückgangsprozess, nachdem Trump-Impuls sozusagen verpufft ist und seitdem eigentlich auch die FED mit den Zinserhöhungen. Sie sehen das, ich habe das eingekreist. Wir haben ja insgesamt schon vier Zinserhöhungen gesehen seit Dezember 2015, dass wir hier eigentlich ja so ein bisschen Deckel da drauf haben. Auch wenn wir bei der letzten Zinserhöhung so ein bisschen einen Zinsanstieg gesehen haben und insbesondere auch mit der Verlautbarung der FED am vergangenen Mittwoch. Dort wurde mehr oder weniger von der FED bestätigt, dass mit der Rückführung der FED-Bilanz begonnen werden soll im Oktober. Das heißt also, dass die US-amerikanische Geldmenge verringert werden soll. Im Oktober, wie gesagt, im ersten Monat um 10 Milliarden US-Dollar, dieser Betrag soll sich dann Monat für Monat auf 50 Milliarden US-Dollar steigen, erhöhen und bei einem Volumen, was wir haben bei der Notenbank-Bilanz von 4,5 Billionen US-Dollar, ist das natürlich mehr oder weniger auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Trotz alledem, es ist mehr oder weniger genau, wo man den Axt sozusagen an den Baum, des blühenden Baum der Finanzmärkte herangeht. Und zwar für mich ist einfach eine Blase, die hier platzen kann, die durchaus auch mit diesen kleinen homopathischen Geldverringerungsmethoden, die hier angewendet werden, durchaus auch hier eine Blase zum Platzen bringen kann. Und unter diesem Aspekt müssen wir halt sehr sensibel gerade auch den Aktienmarkt analysieren, inwiefern wir hier Topbildungsprozesse herausbilden. Armin hat ja die Risiken für den Aktienmarkt dargestellt und auch für den Rentenmarkt. Sieht sehr genau andersrum aus. Ich gehe noch davon aus, dass wir weiterhin noch eine große Chance haben, dass der Zinsrückgangsprozess noch nicht zum Abschluss gekommen ist. Ich sehe weiterhin nochmal einen Zinsrückgang. Mindestens bis zwei Prozent. Wir haben eigentlich in den vergangenen Handelstagen diesen Bereich ja schon einmal fast punktgenau erreicht. Sie wissen aber auch, das habe ich auch öfters hier bei den letzten Webinaren immer wieder erwähnt, dass wenn der Aktienmarkt auch deutlicher zu schwächen neigt, dass die Zinsen doch hier am langen Ende noch einmal deutlicher nach unten kommen, inwiefern wir sogar auf die historischen Tiefsmarken laufen, okay, das müssen wir halt schauen, inwiefern dann auch das Risikoverhalten, Kapital aus dem Aktienmarkt rauszuziehen und in den Rentenmarkt reinzufügen, inwiefern dieses dann auch zu dynamischen Prozessen führt. Und wenn wir hier uns anschauen, auch im Rentenmarkt noch einmal passt dieses Spiegelbild von der Zyklentechnik. Hier ist der Zinssatz abgetragen für das Nachwahljahr im Rahmen des US-Präsidentschaftszyklus und da sehen wir, dass wir aktuell in einem günstigen Umfeld uns befinden für steigende Kurse, fallende Zinssätze, auch bis in den November hinein. Also das passt von der Zyklentechnik ganz gut und auch, wenn wir uns von den Stimmungsumfragen aktuell anschauen, da haben wir einen recht ausgeprägten Pessimismus im Rentenmarkt. Das heißt, niemand glaubt daran, dass wir hier noch einmal einen deutlicheren Zinsrückgang sehen sollten. Viele sind für einen positiven Aktienmarkt gestimmt und das bedeutet gleichzeitig, dass die Zinsen eher mal nach oben gehen sollten und deswegen gehen wir davon aus, dass gerade der Überraschungseffekt eher mal dahin zu sehen ist, dass die Zinsen runterkommen und deswegen auch unser mehr oder weniger Blick für die zehnjährigen Zinssätze bei den Anleihen in Deutschland. Da sehen wir sehr schön, dass wir nochmal in Richtung 0,3 Prozent fallen sollten. Inwiefern wir dann sogar nochmal Richtung 0,15 Prozent oder sogar noch einmal Richtung Null laufen, auch das ist natürlich klar abhängig von dem, was am Aktienmarkt passiert. Ich erwarte zumindest hier noch einmal einen deutlicheren Zinsrückgang. Und dann gehe ich auch gleich schon zu den Währungen, zum Euro gegenüber dem US-Dollar. Dort, das wissen Sie ja selber, habe ich auch öfters hier aufgezeigt, befinden wir uns ja in einem sehr, sehr dynamischen, aufwärtsgerichteten Kursentwicklungen, ein fester Euro, ein schwacher US-Dollar und auch die sensiblen Ankündigungen von der FED über den Abbau der FED-Bilanz und auch die Bundestagswahl heute, die Wirkungen, die wir sehen können bei der Währung, sind doch, sagen wir mal, unterproportional. Also ich hätte mir dadurch auch eine stärkere Bewegung gewünscht, wenn Sie so wollen oder zumindest auch erwartet. Und wenn wir uns das nochmal anschauen von der Stimmungsseite her, können wir zunächst einmal sagen, wir hatten einen hohen Optimismus zugunsten des Euros und der ist jetzt auch abgebaut in den letzten Umfragen. Das ist günstig zu interpretieren. Und auch unter diesem Aspekt hier glaube ich, dass im übergeordneten Kontext auch der aufwärtsgerichtete Entwicklung beim Euro gegenüber dem US-Dollar, dass dieser noch nicht zum Abschluss gekommen ist. Auch wenn wir hier schadtechnisch aktuell in einer äußerst sensiblen Situation befinden. Ich habe Ihnen mal hier kurzfristig nochmal die Kursentwicklung nochmal genauer mitgebracht. Dort sehen wir, dass wir schon im kurzfristigen Kontext hier sowas ähnliches wie ein Mini-Kopfschulter-Formation, Topfbildungsformation abschließen können. Sie sehen, wenn wir unter die 1,1850 fallen, wäre dieser abgeschlossen. Aber auch hier eigentlich Mindestkurs-Rückschlagsrisiken nur bis 1,17. Das ist eine Ausweitung der Konsolidierung, aber noch keine richtige Trendumkehr. Und in diesem Aspekt würde ich das auch so sehen, dass ich im kurzfristigen Kontext da durchaus nochmal vielleicht eine Pullback-Bewegung in Richtung 1,17 erwarte. Aber das im übergeordneten Kontext, das passend auch zur Stimmung, passend zu dem intermarketechnischen Zusammenhang, den ich am Anfang gezeigt habe, dass wir hier durchaus nochmal ein richtiges Potenzial in Richtung 1,2560, dass ich das weiterhin noch aufrechterhalte. Das speist sich mehr oder weniger aus dem Abschluss dieses Bodenbildungsprozesses, der hier ja in den letzten Handelstagen sehr dynamisch nach oben genommen wurde mit dem Überwinden der 1,15 und 1,17-Punktmarke. Und unter diesem Aspekt gehe ich davon aus, dass wir zwar eine Konsolidierung aktuell sehen, die durchaus wie gesagt bis 1,17 läuft, aber dann im weiteren Verlauf, dass dieser Stärke des Euros noch nicht zum Abschluss gekommen ist und dass wir hier noch einmal positiv überraschen. Insbesondere, weil auch vom Sentiment sehr viele Marktteilnehmer dies nicht auf der Agenda haben. Die letzte Asset-Klasse, die ich jetzt noch behandeln darf, Rohstoffe und wie immer die zwei wichtigsten, Gold und Rohöl. Auch dazu von meiner Seite eine Einschätzung. Insgesamt die Rohstoffe wurden und werden schon sehr deutlich vom schwachen US-Dollar gestützt. Die meisten werden ja auch in den US-Dollar gehandelt und auch der Goldpreis in den US-Dollar. Und Sie sehen gerade die letzten Wochen, ich denke mal, ist insbesondere darauf zurückzuführen, diese positive Kursentwicklung bei Gold, dass wir hier auch von der Währungsseite her einfach die Stütze bekommen haben. Und was mir aktuell sehr gut befällt bei Gold, ist, dass der hohe Optimismus, den wir in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben, insbesondere im kurzfristigen Bereich, dass der aus dem Markt draußen ist. Sie sehen auf der linken Grafik das kurzfristige Sentiment. Dort hatten wir einen ausgeprägten Optimismus in den letzten Wochen. Der hat sich abgebaut mit der Konsolidierungsbewegung der vergangenen Handelstage. Wir sind jetzt in Richtung neutral, also noch nicht besonders antizyklisch, aber das reicht schon für mich, gerade bei Gold, dass ich schon sagen kann, das ist schon fast eine Bereinigung vom Sentiment. Und unter diesem Aspekt denke ich mal, dass die laufende Konsolidierungsbewegung jetzt zum Abschluss kommen sollte und dass die gesamte Unterstützung zwischen 1300 US-Dollar pro und 1280, dass diese hält und dass wir dann noch einmal in Richtung November auch noch einmal eine stärkere Bewegung in Richtung 1370 US-Dollar pro uns sehen sollten. Und Sie kennen auch mein längerfristiges Chartbild. Auch das passt. Wir haben hier charttechnisch schon einige wichtige Signale gesendet, insbesondere diese längerfristige abwärtsgerichtete Trendlinie von 2011. Die wurde nach oben genommen und das ist schon ein Signal, ein erstes Signal, obwohl ich gerade im längerfristigen Kontext weiterhin das wesentliche charttechnische Signal, positives Signal erst sehe. Wenn wir wirklich tatsächlich über die 1370 US-Dollar steigen sollten, dann hätten wir richtig hier einen Bodenbildungsprozess, der abgeschlossen wurde. Und das würde auch strategisch eine sehr, sehr interessante Positionierung bei Gold empfehlen lassen. Und unter diesem Aspekt müssen wir halt schauen, was die nächsten Wochen bringen. Insbesondere, wie gesagt, wenn der Aktienmarkt zu Schwächen neigt, wenn hier Kapital abgezogen wird aus dieser Asset-Klasse, dann sollte dann auch zunächst einmal in Richtung Gold umgeschichtet werden. Als letztes noch ein Blick auf Rohöl und ich sage Ihnen ganz ehrlich, das ist die für mich größte Überraschung, aber naja gut, okay, wenn man sich die Argumentation der Marktteilnehmer anschaut, kann man von Überraschungen nicht unbedingt gerade sprechen. Hier wird hauptsächlich die Nordkorea-Krise angedeutet und auch von einigen OPEC-Vertretern wird hier positiv momentan für den Rohölpreis gesprochen. Also man sieht momentan nicht wichtiger schadlicher Widerstand wurde überwunden. Der Widerstand von 53 US-Dollar pro Barrel wurde genommen. Auch diese leicht abwärtsgerichtete Trendlinie wurde überschritten. Ja, das sind schon schadliche nicht unwichtige Signale, die hier genommen wurden. Und auch hier natürlich muss man ganz eindeutig sagen, dass die Hauptunterstützung für mich neben diesen verbalen argumentativen Behauptungen hauptsächlich auch wieder von einem schwachen US-Dollar kommen und auch hier relativ spät eigentlich der US-Dollar dazu geführt hat, dass der Rohölpreis nach oben gegangen ist. Sie sehen das hier in dieser dynamischen Bewegung einmal der schwache US-Dollar und erst relativ spät reagierte jetzt auch der Ölpreis darauf. Also hier von dieser Seite natürlich eine Unterstützung. Und Sie wissen allerdings auch, wenn Sie meine Meinung der letzten Webinar so mitverfolgt haben, auch das, was ich im Roadshow gesagt habe, ich halte Rohöl für nicht besonders attraktiv. Hauptgrund auch hier für mich, wir haben das letzte Woche, wo wir eigentlich ein günstiges, zyklen-sessionales, zyklen-technisches Umfeld haben. Und ab Oktober, November, Dezember sieht man schon erhöhte Kursrisiken. Das ist so traditionell das, was wir immer bei Rohöl abgreifen können. Also hier auch unter diesem Aspekt saisonal ein hohes Risiko jetzt, was wir bei Rohöl sehen. Und auch die Stimmung ist schon recht positiv im kurzfristigen als auch im strategischen Bereich. Und auch unter diesem Aspekt sollte für mich so ein bisschen der Deckel drauf sein. Trotz alledem, auch wenn der US-Dollar noch einmal zur Schwäche neigen sollte, dann kann hier nochmal eine Übertreibung stattfinden. Vielleicht bis Richtung 68 US-Dollar pro Barrel. Aber dann glaube ich, dass weiterhin der Deckel drauf ist. Und ich gehe weiterhin nochmal davon aus, dass wir vielleicht so einen zweiten Fracking-Impuls kriegen, der uns nochmal mindestens bis 41,50 nach unten bringen sollte. Aber das müssen wir halt schauen, auch inwiefern dann so ein Konjunktur-Pessimismus reinkommt. Vielleicht sogar möglicherweise eine rezessive Tendenz in den USA. Davon redet aktuell niemand. Aber möchte das jetzt auch nicht hier groß problematisieren. Das sind alles Szenarien, die durchaus dafür sorgen können, dass der Rohölpreis unter Druck kommt und dann auch hier nochmal Schwäche zu erwarten ist. Ja, das war es wieder mal von meiner Seite. Ich darf mich recht herzlich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Wünsche natürlich auch wie immer viel Erfolg und würde die letzten Worte gerne an Falko richten. Ja, Dirk, dann auch viel, vielen Dank für deine Ausführungen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, damit sind wir auch schon beim letzten Part unseres heutigen Webinars angekommen. Fragen, jetzt werfe ich mal einen Blick auf unsere Chat-Funktion. Und ja, da bedanken Sie schon die Ersten. Das freut uns natürlich, wenn es Ihnen gefallen hat. Und ich glaube, alle Fragen konnten wir beantworten. Das ist sehr schön. Ja, ich möchte mich deshalb an dieser Stelle ganz herzlich bei unseren beiden Referenten Armin Kremser und Dirk Oppermann für ihre interessanten und ausführlichen Analysen bedanken. Danke aber auch an Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, für Ihre zahlreiche Teilnahme. Und vor allem hoffe ich auch, dass den Neuansteigern von Ihnen unser heutiges Webinar gefallen hat. Ja, und wir Sie hoffentlich auch bei weiteren zukünftigen Terminen hier begrüßen dürfen. In diesem Zusammenhang möchte ich dann nämlich auch gleich hinweisen auf unser nächstes Webinar. So, genau. Das nächste Webinar, jetzt kurzes Achtung, weil ja, nächste Woche Dienstag, es ist ein Feiertag und aufgrund des Brückentages machen wir hier einmal Pause. Und das heißt, das nächste Webinar ist dann erst in zwei Wochen am 9. Oktober. Und da ist dann wieder die Trading-Gruppe 2.0 zu Gast mit Ingmar Königshofen, den Sie ja auch schon durch unsere Roadshow kennen, mit seinen Kollegen René Wolfram und Stefan Feuerstein. Hier geht es dann um Marktanalyse und Trading-Ideen, Sentiments und Co. Ja, liebe Teilnehmer, damit sind wir am Ende unseres heutigen Webinars angekommen. Ich bedanke mich nochmals für Ihre Teilnahme und wünsche Ihnen jetzt noch eine schöne restliche Woche, einen schönen Abend und natürlich eine gute und erfolgreiche Handelswoche. Machen Sie es gut und hoffentlich dann in zwei Wochen zum nächsten Webinar. Vielen Dank.